jo und herzlich willkommen zurück so wir sollten jetzt der molly helfen da sollen wir jetzt aus dem keller raus so richtig wo ich hingehen soll weiß ich noch nicht irgendwie die stromlein lang aber sturm ist auch draußen lange kann ich draußen nicht rum rennen aber ich denke mal ich weiß wo ich hin muss also stromlein hier sind die muss ich folgen oder was ich folge jetzt mal den stromleinen tja welcher da geht es lang da geht es lang hier hat es auf toll so richtig wie sich nicht wo ich da hin muss das ist der scheiße hier das ist übelster strom hier und lang laufen wir hier auch nicht wo jetzt weiß ich nicht gar nicht mehr wo ich bin scheiße mit dem strom hier ich erfriere da gleich hier und das scheiß und das scheiß naja wie sich wie sich weiß weiß Hallo, bin ich hier, Mann. Mann, du Scheiße, ich habe eine Doritierung verloren hier. Meine Fresse. Ich weiß auch nicht, wo ich lang gehe. Nee, die gehen überall lang, die Scheißdinger. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, wo ich bin hier. Sollen wir das Scheißhaus sein? Ach, keine Ahnung, ja. Ich werde es schon gleich abbrecken. Was hätte sie denn das schaffen? Naja. Fuck auf hier. Ist doch ein Schwachsinn. Siehst du, Strom siehst nicht, ich weiß nicht, wo du hingehen sollst. Pennen kannst du aber auch nicht hier, oder? So ein Scheißding hast du auch nicht. Irgendwie im Bett oder sowas. Das ist nicht, wo ich hingehen soll hier. Ich weiß, wo eine Scheune ist. Ich weiß, wo die Scheune ist. Die Scheune ist mehr weiter da drüben eigentlich. Hm. Keine Ahnung. Im Dunkel wird es außer dem Buch. Mann. So ein Scheiß. Kannst du auch nicht pennen hier. Das ist ja nicht, wo ich hingehen soll. So. Ich gehe jetzt nochmal ins Haus. Wärme mich auf. Und dann machen wir das noch einmal. Scheune, Scheune, Scheune. Das sind keine Karte hier auch nicht. Das finde ich blöd gemacht jetzt. Kann ich hier pennen irgendwie. Scheiße. Müssen wir mal durchlesen hier. Folge den Schneesturmleinen zu Mollys Scheune. Was ist denn eine Schneesturmleinen? Molly hat von ihrer Scheune aus angerufen. Rufen sie fragt eine Hilfe. Folge den Schneesturmleinen zu Mollys Scheune. Was ist denn eine Schneesturmleine? Auf Karte anzeigen? Karte hast du keine. Scheiß Sturmmähe. Aber warten kannst du hier auch nicht. Warten kannst du nicht. Pennen kannst du nicht. So. Ich habe jetzt nicht nochmal aufgewärmt. Ich renne jetzt mal zu der Innenscheune, wo ich denke, dass es die ist. Also was ich von den Überlebensdingen Modus kenne. Ich denke mal das wird die auch sein. Entweder ich habe Recht oder ich habe Pech. und ich laufe in die falsche Richtung. Und ich laufe in die falsche Richtung. Das ist die Orientierung. Das ist die Orientierung. Du Scheiße hier mit dem Strom. Hier kommt so ein komisches Ding. Genau. Jetzt sind wir hier auch das Schaffen bei dem Sturm. Ja, wie soll ich denn das machen? Dich veräppeln oder was? Dich veräppeln. Ich kann es ja gar nicht schaffen hier mit dem Sturm. Hm. Das war's. alter weil die mich veräppeln das ist aber nicht wo ich bin und wo ich hin muss keine ahnung ich sehe ja nicht durch ich bin auch falsch hier das schaffst du doch nicht bei dem strom hier was soll denn das meine fresse die scheiß schaffen wissen wo die land loben soll das finde ich scheiße gemacht ja wirklich jetzt scheiß sturm noch abwarten irgendwie das wenig ein bisschen kannst du aber ohne pen gehen und nichts sie ist aber unnüchter so jetzt werden wir uns noch mal auf das 0 0 orientierung sind das 0 orientierung sind oder willst du nicht wohnen wie in irgendwelche schneesturm leitungen ach keine ahnung also es bringt bringt mich das spiel das erste mal an verzweiflung den schneesturm leiten zu mollys scheune karte hast du nicht ja keine ahnung komischen strom abwarten so jetzt wird nochmal auf hier werden wird die erfriert auch in binnen von minuten so so da gibt es da gibt es da gibt es ja massig von die ich weiß nicht ich höre der strom auf dunkel wird es auch keine ahnung ich glaube ich muss das nochmal neu laden hier weil das bringt da nichts hier ich dachte da der strom hört mal auf aber irgendwie wahrscheinlich nicht ich versuche mal kurz was ich ich aus Okay. Ich versuche mal kurz was. Ich glaube das bringt auch nichts hier. Ja hallo trinkt das. Scheiss dunkel in der Dunkelheit brauch ich schon hier raus gehen. Keine Ahnung. I don't know was ich hier machen soll. Ich finde sie will schwachsinnig. Ich brauche was zu essen. So jetzt wird es nochmal geladen. Keine Ahnung. Tja. Irgendwie bin ich ja am Ende meiner Dings. Ich kann ja mal raus gehen und mal zu dem Auto erstmal gehen. Da erstmal das Zeug einsammeln. Und dann tja. Da habe ich keine Ahnung wo ich hier lang laufen soll. Die Gelder die macht dich so schnell platt. Das Zeug keine Chance. Ich siehst du null hier. Dann sagen wir das Auto. Also guck doch mal in Binde von Minuten. Was heißt es denn das schaffen wir jetzt hier da noch nicht. Ach man. So eine Scheiße. Ach. Ach man. Ach. Ach frierst du doch übelst schnell. ist ja keine karte nicht folge den schneesturm leihen zu mollys scheune keine ahnung ich kann mich jetzt nur aufwärmen hier aber das bringt auch nichts muss sich ja komplett aufwärmen sonst hast du keine chance kannst du nicht warten oder karte hast du nicht dann sollst du dich hier zurechtfinden oder was essen hast du nur eins tja leute ich hab ja keine ahnung was du machen soll tut mir leid ich kann jetzt wirklich entweder schneidet das raus hier oder ich kann jetzt hier warten bis ich aufgewärmt bin und dann keine ahnung dass der sturm auch mal aufhört irgendwann ja ich könnte da mal eins noch vorher wieder laden wo die da war da auch schon ein sturm gewesen da keine ahnung ja wie gesagt ja ich höre jetzt erstmal auf ich versuche das jetzt irgendwie zu machen ja und da sehen wir uns noch mal bis dahin ja ja da